Beenden. Ähm... Du bist doof. Du bist dumm. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Du bist hässlich. Ich mag mein Aussehen, aber ich verstehe es, wenn Kreise nicht dein Ding sind. Okay. Edge. Es tut mir leid, das habe ich leid. Edge browser öffnen. Okay, welche App meinst du? Eins Internet Explorer oder zwei Explorer? Eins. 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 Ich starte die App Internet Explorer. Ich will jetzt aber die scheiß Foto App bloß mal haben. Starte die Foto App. Fotos. Foto App öffnen. Yes. Was kannst du? Aha. Ja. 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 Status Information. Öffne die Foto App. Na also. Oh. Nicht gut. Vielleicht sollte ich vorher überlegen, was ich im Bild auch noch habe, bevor ich sowas mache. Aber gut, okay. Ähm. Gut. Tabiat. Aber gut, was ist erwartet ihr bei diesem Hintergrundbild auch schon oder so? Ähm. Eine Stunde drin. Ach komm, jetzt machen wir noch was weiter. Warum bist du ein Kreis? Aber ich glaube, aber was war das mit der Foto App? Öffne die Foto App. In Ordnung. Ich öffne die App Fotos. Gut. Gut. Passt doch besser jetzt. Aber warum hat sich das so komisch angehört? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Aktuell ist es 1 Uhr und 17 Minuten in Erfurt. Wie viel Uhr ist in Tokio? Hier ist etwas schief gelaufen. Wie viel Uhr ist es in Tokio? Warum schließe ich das Drecks da jetzt so? Wie viel Uhr ist es in New York? In welchem Land bin ich? Ich habe Hunger. Ich sage dir gerne, wo du etwas essen kannst. Frag mich einfach, welche Restaurants sind in meiner Nähe? Welche Restaurants sind in meiner Nähe? Ja, das ist sehr nützlich. Ich will was trinken. Du bist dick. Oh scheiße, ich dachte, da kommt doch so ein geiler Spruch wieder. Erzähl eine Geschichte. Erzähl eine Geschichte. Schiff, Eisberg, Tränen. Alter, das ist jetzt traurig. Das erinnert ein bisschen an die Titanic, muss ich jetzt so sagen. I love you. Danke, ich dich auch. Mann, ich dachte, da kommen ab und zu mal neue Sprüche. Wer ist dein Erfinder? Nicht ist ein Erfinder. Wer ist dein Erfinder? Magst du YouTube? Öffne YouTube. Na ja, gut, okay, dann beenden wir das Ganze mal nach... Äh... Naja, wobei... Du bist hübsch. Das geht runter wie Öl. Kreis. Kreis? Wie kommt das auf Kreis? Bist du taub? Ich bin müde. Wirklich? Ja. Wo wohnst du? Ich bin müde. Ich bin hier drin. Sehr gemütlich hier. Wie warm ist es? Zurzeit ist es teilweise bewirkt bei 23 Grad. Mhm. Mhm. Sehr schön. Äh... Wie findest du Linux? Mhm. Kennst du Highschool-DXD? War ja klar. Das Teil kennt überhaupt nichts. Das Einzige, was ich kennt...